Einfach 6 machen wir. Es läuft? Ja. Okay. Was geht? Meine Freunde, ich begrüße euch ganz ehrlich zu einem neuen YouTube-Video. Zwar heute nicht zu einem Vlog, sondern wir machen ein YouTube-Format. Das kennen vielleicht alle. Wir lassen Musik laufen und der, der von uns zwei zuerst erratet, gewinnt. Und wir haben sechs Lieder und wer am meisten von diesen Lieder erratet hat gewonnen. Mashallah. Let's go. Wir haben noch jemanden in der Kamera, der diese Lieder gut ablässt. Und ich. Why are we still here? Just to suffer. Oh, mit dabei ist der King Peake natürlich. Ja, wir sind heute schon den ganzen Weg unterwegs. Er hat eine Dokumentation aufgenommen, er hat mich interviewt. Wird spannend und wir haben für ihn natürlich auch noch ein YouTube-Video aufgenommen. Das wird unten verlinkt. Wahrscheinlich ist sein Video jetzt schon online wie mein. Weil, ja. Mir kommt am Sonntag. Der nächste? Ja. Ja, dann ist es wahrscheinlich... Ja, vielleicht gleichzeitig. Ah, okay. Gut. Das ist unten verlinkt. Genau. Und dann fahren wir jetzt halt. Let's go. Stand by. Nein, nein. Das ist Eminem und Rihanna mit Just the way you lie oder irgendwas. Das ist Adele. Was? Das ist Adele mit Just the difference between us and me. Hello from the other side. Hello from the other side. Hello heisst es. Von Adele. Ja, genau. Mashallah. Ah, nein. Ah, ich gucke. Nein. Du hast nicht mehr gewusst, wer das ging. Das war so ein Hit. Ich habe Cardi B gesehen. Cardi B. B. Nein. Also 2-0. Nein, das ist schon voll einfach. Scheisse. Das Video ist in 5 Sekunden vorbei. Okay. Ähm. Maglemor. Nein. Das ist Opa Gundam Style. Nein. Gundam Style. Wieso bin ich so scheisse? Keine weiss. Keine weiss. Hast du nie musiklos? Ich los doch. Maglemor. Nein, das ist Dingsa. Der, 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 der. Das ist der Hausparty. Girl look at that party. Hausparty. I'm sexy and I know it, aber ich weiss nicht von wem. Von... Tupac. Scheisse, von wem ist das? Wie heisst der? Ich weiss aber noch wie. Ja, I'm sexy and I know it, aber ich weiss nicht. Sexy and I know it. Von wem ist es? M-M-F-A-O. Oh mein Gott, bin ich dumm natürlich. M-M-F-A-O. Also immer noch 2 noch. Hier spricht der Cutter. Luca kann nicht zählen. M-M-F-A-O. Ah ja, aber das haben wir gerade gehabt. Michael Jordan? Nein, nein, das war Baby von Justin Bieber. Michael Jordan? Weisst du, wer Michael Jordan ist? Alter, was? Nein, Alter. Kannst du Justin Bieber nicht? Doch. Mashallah, ich bin Fanboy, Alter. Scheisse. Ah, Despacito. Aber... Fucking shit, wer hat das gesungen? Justin Bieber hat auch einmal gesungen. Ja, aber... Das ist Luis Fonsi und Teddy. Ah, ja, Luis Fonsi. Wer ist das? Ich habe nur Despacito, mehr nicht. 3 noch. Mashallah. Die Scheisse. Ah nein, ich habe noch 2 noch. Luca kann immer noch nicht zählen. LOL. Oh, ich weiss nicht, wie sie heisst. All about the bass, aber... What the fuck? Wo kennst du alle Namen? Wieso weisst du das nicht? Ich höre die Namen. Aber sonst... Es geht um das Füderchen von der Frau. What the fuck? Okay, dann kennst du dich aus. Nice. I'm all about the bass, about the bass. What the fuck? Megan Trainor. Wer? Who? Megan Trainor. Megan Trainor? Kann ich nicht. Aber eigentlich habe ich jetzt 2 Noten in die Titel schon richtig geändert. Ja. Eigentlich ist das ein Punkt. Du könntest eher... Ich weiss jetzt schon. Ich wollte ein YouTube-Video mit ihr drehen und du weisst nichts. Ich weiss doch nicht. Ich weiss, was die Lied ist ihr. Also schau, mein nächstes Lied gebe ich dir ein bisschen Vorsprung. Okay, okay, gut. Gut, gut. Nächste Lied? Ja. Hast du noch nie gehört? Hä? Bist du noch? I'm happy. Nein, 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 nein. Ey, mach nochmal. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Gib mir einen Tipp, Kameratron. Ja, Just Dancing. Nein, nein. Was? Call me maybe. Call me maybe. Hey, I just met you. And this is crazy! Kannst du nicht tun, ich kenne es. Aber ich kenne deinen Namen nicht. Meistens kannst du immer davon ausgehen, dass das Intro... Ja... Von Cali Ray Jameson. Ja genau, von Cali Ray Jameson. Ja, wo ich bin. So was kommt. Nächst. Anaconda! Anaconda? Ja, wer hat es gesungen? Katy Perry. Ich weiss nicht. Aber ich kenne das Lied nicht. Anaconda. Es geht um das Füderchen der Frau. Ja, aber wer? Ähm... Wie heisst sie? Genau. Call me baby. Ich weiss nicht, wie sie aussieht. Aber ich kenne deinen Namen nicht. Nicki Minaj. Micky Minaj. Micky heisst sie? Nein, ich weiss nicht. Ah, Micky, oder? Ich lasse sie nicht. Ich kann... Okay, dann 3-1. 3-1. Oh. Ich kenne es nicht. Ich kenne das Lied schon. Aber es ist von dem einen die Schatz von... Ähm... Ah, it's time of my life. Das ist time of my life. Ich kenne es. It's a black eyed piece. It's time of my life. Black eyed piece, ja. Das hätte ich gewusst. I died tonight. Beautiful. My friend. Oh, den kenne ich gar nicht. Ich kenne es auch nicht. Ist es Bruno Mars? Bruno Mars? Ah, das ist la 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 la. Bruno Mars? Naughty Boy und Sam Smith. Sam Smith hat es gesungen? Ja. Ich weiss es. Weisst du nicht? Take me to church. Aber ich weiss nicht, wie er heisst. Cardi... nein. Wie heisst er? Posier. Posier? Ich kenne jeden Titel, aber ich kenne jeden Interpreter zu. Ich kenne beides nicht. Wer interessiert den Interpreten? Wenn die Lieder gut sind, ist der Titel doch wichtig. Du sagst nicht, man sucht nach dem Interpreten, sondern sucht nach dem Lied. Vergiss es. Kingdom Come. Kingdom Come. Kingdom Come. Kingdom Come oder irgendwas. Demons. Demons. Oh mein Gott. Ja, voll. Ja, das hätte ich gewusst gehabt. Ja, voll. Also es steht 1 auf 5. Mashallah. Wie lange geht es wieder noch? Ich werde noch etwas fertig machen. Und ich finde es gerade richtig lustig. Richtig lustig? Ja. Was? Weil ich auch gewinnen bin. Okay. Nein, wir machen nicht mehr weiter. Ich habe keine Ahnung. Troublers? Nein, nein. Oh, 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 oh. Das weiss ich schon, aber... Ich weiss nicht. Wie heisst es? Schreit. Wie heisst es? Schreit. Schreit. Ah, White. White. 21 Pilots. Ah, 21 Pilots. Den kenne ich. Den habe ich verwirren gefühlt. Okay. Also noch zwei Lieder. Ja, dude. Oh. I got the fox say. I got the fox say. I got the fox say. Nein, what does the fox say. Nicht. Oh nein. Aber wer hat das gesungen? Ich weiss auch nicht. Aber wer hat das gesungen? Ich weiss auch nicht. Aber wer hat das gesungen? What does the fox say. Ding, 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 ding. Keine Ahnung. Einfach, what does the fox say. Okay. Wir weiss ja gar nichts. Okay. Corona. Nein. Also noch ein Lied. Bitte, ich kann nicht. Den kenne ich auch nicht. What the fuck? Keine Ahnung. Den kennst du auch nicht. Nächstes Lied, komm. Nächstes Lied. Nächstes Lied. Nächstes Lied. Eines muss man kennen. Das ist aber Lil' Pip. Lil' Pip? Save that shit. Mach, Lemo. Warte, warte, mach ich jetzt weiter. Hall of Fame? Ja. Hall of Fame? Aber ich weiss nicht von wem. Du bist einfach in Google. Und du hast ein Wörterbuch für Musik. There is just a Hall of Fame. Ja. Ja. Aber ich weiss nicht mehr. Ich weiss nicht mehr. Ich weiss nicht mehr. Ich weiss nicht mehr. Okay. Aber ich würde sagen. Das war so easy. Ja, du kennst halt. Wir haben das schon mal gespielt, oder? Nein. Haben wir nicht nochmal gespielt? Aber ich habe dich rausgenommen. Ja, du hast mich rausgenommen. Aber ich habe dich rausgenommen mit Minichallenge. Ja, das ist rausgenommen. Auf meinem Kanal. Aber es war knapp. Aber einfach schauen wir nochmal bei KingPig dabei. Wir haben noch einen Podcast aufgenommen. Danke dir. Auf Instagram bin ich bei Minipig. Punkt Cast. Punkt Cast. Entschuldigung. Kann man bei Ihnen vorbei schauen. Und ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Man sieht sich beim nächsten Vlog wieder. Am nächsten Sonntag. Und ich würde sagen. Schöne Mühne 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 Mühne. Bis zum nächsten Mal.